Wann da? Aber hier hoch! Nein! Aber... Du du dumm du dumm! Nein, das war nicht gut! Das sah gerade so gut aus! Haha! Oh yeah! Ist der Weg jetzt hier irgendwie leichter, oder gibt es hier was, was ich... Hä? Ha! Oh Gott! Oh mein... What the fuck? Wie? Ähm... Ähm... Ich weiß, sie übertreibt das vielleicht ein klein wenig, aber... In dem Spiel ist es mir ehrlich gesagt... Ach so, da kommt einfach drüber, ob gut zu wissen... Ähm... Was zur Hölle? Ganz im Ernst, ich möchte wissen, was da ist... Hm... Das ist einfach... Easy... Dann kann man hier drüber... Dry... Diven... Und dann muss man hier... Ganz weit nach rechts springen... Da... ...da... 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 Da! Ganz weit nach rechts springen... ja, jetzt hab ich's geschafft, da dran zu kommen Ich möchte wissen, was hier ist. Ich weiß, normalerweise übertreibe ich das gar nicht so. Bei Emulat, das war viel zu kurz. Emulat das Spiel mit dem Safe-States, aber ganz im Ernst, bei dem Spiel ist es mir relativ scheißegal, wie das Spiel kommt. Höre ich am allerwertesten leckenden. Weil ich mag es nicht. Ich bin jedenfalls ein Megaman-Extreme 2 und werde auch nicht Megaman-Extreme 2 probieren, was ich eigentlich angekündigt habe, und das könnte nämlich sowas so ein Verhackstöckeln. Da habe ich in die erste Stage mal reingeguckt, das ist zum Kotzen. Okay. Vorsichtig. Huh? Um. Huh? Huh? Okay, dann komm ich hier raus, okay, gut zu wissen, ach, jetzt kommt der Kranke wieder in der Tafel, ich stirb, dich kann ich noch töten, und ich brauche, ich streffe mich, und bis da was. Nennt mich Noob, nennt mich was weiß ich, Safe State, ich habe keine Lust mehr auf dieses Spiel, falls es irgendwem auffallen sollte, und daher, ich hoffe, dass das bald mal zu Ende ist hier, auch wenn ich keine Ahnung habe, wer das da ist, sieht aus wie YD, aber YD gibt es hier nicht. Oh, die eine Plattform verschwindet da am Boden, was ich sehr geil finde. Der ist weg. Ja, und, ach, ich habe nichts mehr zum Schießen, deshalb. Irgendwie macht mir das, glaube ich, wenig Schaden. Ist das mehr Schaden? Ja, das ist super fair hier, vor allem, weil eine Plattform einfach mal verschwunden ist. Mhm. Das ist super fair. Ah, hallo. Ich bin tot. Ja, genau, man kann natürlich nicht durch die Plattform durchspringen. Warum auch? Leck mich. Ach komm, ich habe keine Ahnung, wer du bist, aber es ist mir total egal von den... Warum verschwindet die erste Plattform? Ich verstehe es nicht. Attacken spamming. Ja, die erste Plattform ist Pellepalle. Hallo. Ja... Nein, da kann ich nicht draufstehen. Warum? La tea 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 tea��othe Da-ti-tra-ti-tra-ti-tra-tra! Dummi-di-dan! Warum sollte ich auch stehen können, das wär ja nur fair! Feuer frei! Besser würde ich hier sowieso nie hinkommen als nur leben! Da-di-dun-da-dum-di-dun! So, und da gehe ich einfach mal voraus, dass der Schuss effektiv sein sollte. Ja, ich glaube, dass die effektiv Waffe gegen den Kerl, wenn ich ihn mal treffen würde. Ist auch toll, dass die Plattformen so ziemlich identisch laufen, das wird mir so viel, oder? Ist auch schön, dass ich nur ihn treffen kann, nicht seine eigene Plattform. Ja, genau, Fairness. Ich kenne dieses Spiel mal so gar nicht. Also, es ist mehr Glückssache hier als alles andere. Das Spiel will mich verarschen. Das Spiel will mich verarschen, das Spiel will mich verarschen. Aber sowas von... So, okay. Okay, oder vielleicht ist der... Das könnte ich mal ausprobieren, ob der Blaster die richtige Waffe für den ist. Okay. Ja... Das Blaster... Und du... Ich will jetzt diese Kugel-Kaput schießen, aber es geht ja nicht. Feuer... Das ist immer das Beste. Ja... Ja... Hm... Ich schieße die jetzt wieder diagonal... Okay, die schießen abwechselnd diagonal und... Das heißt, er kann ich jetzt gar nicht aus... Okay, sp uh... Boopopopopoppoppop... Ganz im Ernst, wer bei den ... Tender hat ja ... D the hell hat sich diesem wird ausgesagt. Ganz im Ernst, das alles nur mit nur Zeit sparen,y sonst würde ich die ganzen Kram nehmen, wie man einmal später noch Förder schontieren kann. Da habe ich keine Rokopopopopop. Ah, halt eigentlich bevorzugt kein Safe-Safe. Und so, Phase 1. So, Phase 2. Leider muss ich den nicht treffen, weil er... ...nach meiner Meinung nach absolut Zufallsprinzip... Ich hab hier noch die dritte Plattform, warum hab ich jetzt noch die dritte Plattform? Äh... War das Game und Duck-Dat-Ding weg? Ah, ich bin tot. Cool, ich kann durch den Boss laufen. Äh... Man darf da nicht runter bringen, sonst ist man lieb. Ah komm. Hab mir sowieso wundet, warum meine Plattform plötzlich in den Stachel verschwunden ist. Adadadadadadadada... So, und ich werde... Einfach nur der Einverhalt halber einen Safeset setzen. Und die Plattform ist wieder verschwunden. Mal ein bisschen springen. Da, da, da. Da, da, da. Diagonal. Der Senkrecht. Den treffe ich da mal wieder. Das ist nicht der letzte Gegend. Verdammt. Ja. Ob ich auch unbedingt seinen Kopf treffen muss, das ist zum Patzen. Ja, ich bin dort. Load, stay. Die. Tch. Komm. Ja, komm. Die. Die. Oh, das war echt knapp. Ach, komm mal hier. Was? Hab ich getroffen? Nee, ne? Natürlich nicht. Warum soll ich das treffen? Danke schön. Danke, danke, danke schön. Auch immer das so war. Obwohl ich jetzt Saves geschafft hab, quasi. Oder Zeitersparnis, besser gesagt. Ich hab ihn. Ja, 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 ja. Wow, Dr. Kane. Also, Dr. Kane X, finally. You can enter the car. Alright. I'm going to go. To the car. Save and continue. Dort, yes. 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 Danke schön. Alter. What? Okay. Doomtidum. Das war Absicht. Einfach nur, deshalb. Zwei Leben. Oh, ja. Ähm, ja. Könntest du mal... Okay. Das ist klar. Warum auch nicht. Natürlich trifft mir jetzt wie jeder Scheiße. Natürlich. Und sie ist wieder da. Stimmt, ne? Nein, sie ist nicht wieder da. Schön. Gut, speichern das schon mal.